das mache ich auch mal gerade der steht ja da dran 99 simulons 99 luftballons die müssen ja auch hier stehen können dann muss ich auch muss hier auch musik einbeziehen es zimmer und tisch muss eigentlich gehen der sessel der können doch eigentlich weg das stört so können wir noch ein paar stühle kaufen ein paar auchamtliche es geht ja die sehen so komisch aus sind gartenstühle als sie wirklich mal wieder gäste kriegen sollten das ist die musik warum ist die musik so laut was geht es ist alles so laut hier auch ist normal wenn das alles hier so alter wir schon wieder umgestellt man soll denn das so alles viel zu laut so ist auch alles jetzt wieder ein bisschen supi sage ich mal ich hoffe das ist eine aufnahme ok was sie machen nein den sample den bringe ich jetzt nicht so grong was machst du jetzt spaß noch ein esstisch ne fernseh kann er kochen lernen ich weiß es nicht ich meine fähigkeiten hat er ja eigentlich aber ich bin mir da echt nicht sicher naja es geht es ist kein schwein wach außer außergerungen der hat heute nicht frei da darf er das kann ich auch mal verschneller an hier das ist turbo lernen alter wo das geht von der schnellkeit vom lernen her ne der hat vielleicht kein level 4 warum wo war der das hingelernt mein atletiker der level 5 was zur hölle naja ist klar das ist mir klar oh wie der aus walles arsch walt falte klingeln schon wieder was ach lass mich doch mit dem kack fitness center in ruhe meine fresse wo hat das fitness naja gut fitness center rangehen ne alter wie geil mit frikadella plaudern juhu das ist ja super geh ran schnell möchte plaudern dann kommt mir nicht los zu plaudern ja auch wenn er auf auch wenn er auf klo muss aber ist egal oh die sind ja beide schon wieder wach dann ne und so sofort der walle der kann futtern ach ich kann doch kein brunch essen alter Reste essen so hat der auch frei ne ne 5 Stunden 5 Stunden da kann er handrang noch spaß noch ja er redet hier über laserdisc abspielgeräte was hat grong mit mit frikadellas laserdisc abspielgerät mit zwischen ihren brüsten ich verstehe ich nicht ist aber cool dass er mit frikadella interagiert als du telefoniert auch und so finde ich super dass der schöpfer mit ihren geschöpfts quasi telefoniert ist schon geil so den kann er noch mal benutzen dann kann er noch ein bisschen zocken der grong der müsste alter der muss pissen jetzt müsste frikadella plätscher plätscher geräusche machen einfach ja du musst pieseln ich weiß wer weil er geht duschen dann nee so grong den immer ganz schnell benutzen lauf nicht dass du mir die Hosen machst hier das wäre oder gekackt okay naja wenn er mal groß muss dann ist das schon okay grong hat ja frei grong ist das dein ernst das ist deine eigenen sie zu das sehe nie ein athletik naja das andere hat er ja nicht na das kann ja ewig dauern nochmal gebe ich gebe jetzt nicht nochmal 50 dollar aus oder sehen wir wir uns ich komme auf dollar die zeitung die bomber rennen cheaten naja ist ja kein cheaten das kann man ja nutzen und solange man es nutzen kann ist es kein cheat was fährt in einer stunde wie sieht der aus ach so ja gut stinkt zwar ein bisschen aber also der walle aber ist halt ein ist halt ein gamer weißt gamer stinken halt das nein grung hat hunger dann kann er mal filistik essen der rumpel der rumpel kann mal beim netz plane stören und dessen er rum kivitscht einfach kommt ja sehr professionell rüber wenn da ein haustier da rumspielt und rumquietscht und rungs schalte klingelt lass es bitte frikadeller sein lass es frikadeller sein rangehen dann gehen los sag ich doch was nie wieder schwitzen trainiere drei stunden mit optionen nicht ins schwitzen geraten um deine athletischen fähigkeiten zu verbessern was nö wenn es da kein geld für gibt grump verwurzt sich nur für geld er kann sich frikadeller mal einladen das wäre super sim einladen geht das sim anrufen sim einladen haushalt nach hause einladen nee nach hause einladen frikadeller genau klar ich komme gleich mal klar ich komme gleich mal rüber hab da was hast du was zu essen hier was komme ich nicht super wenn der sowieso frei hat warum ist die energie schon wieder so ich kaufe denen jetzt einen kaffeeautomat alter das ist ja unnormal so ich hoffe die sind nicht teuer küche kleine geräte süffel power heiß getränke automat teuer ist 1000 boah ach kann man sogar weg cool so der kann dann mal kann man kaffee warte warte mal ist das hat das was mit energie zu tun hier ich weiß das nicht keine ahnung energie drei energie vier 1800 ach was soll der geiz die können sich auch mal was leisten energie vier ist super kann er sich mal so ich hoffe die kommen nicht alles zu schnell die frikadella ach ne die wohnt ja drüben er ist der nachbar oh mein gott wo ist denn die frikadella ich mein was ist mit den pferden alter die karre ne ach flake alter die karre ne leck mir am arsch die sieht so geil aus ja ich rede von geil aussehen und jetzt kommt frikadella das ist sehr geil sehr geil so ich rede immer schon wieder so wenig das ist echt blöd oh jetzt gehen wir klingeln hier hm gronke mein süßer komm komm zwischen meinen arschbacken äh was komm zwischen mein fleisch halten das soll sich mal umwandeln das komische zäpfchen da in ein herz oh da freue ich mich schon drauf wenn das passiert das wird lustig rein bitten kann man ach so kennenlernen kann man die nicht einfach reinbitten ach die haben eine gruppe gegründet ok deswegen sind wir diese diese zäpfchen gesellig noch sind es bekannte wieso gehen die denn nicht rein alter wieso gehen die denn nicht rein Geschichte erzählen kennenlernen ich mach das immer zu viel plaudern tach verschönern über kunst reden naja tratschen kann man rum ich hab nen laptop ne eigentlich aber nicht da ist ne maus dran und die ist am computer also ein laptop ist ja eigentlich augencomputer nur kleiner ja kann man den auch mal essen oh ich mag blau was magst du denn so in falsche farbe farben ja ich mag zwar pink aber ich esse farben lieber mhm ich geh extra ich geh extra am baumarkt kaufe mir einen eimer farbe und esse das wie eis ja ich esse es nicht wie eis ich mag blau ganz total gerne ja ich ich esse immer pinke farben ich lasse mir die im baumarkt immer anmischen im eimer dann bring die nach hause und frieren mir die ein als eis mhm schmeckt lecker wo ist wo ist aber ganz schön weiße zähne würde ich mal so sagen ne wieso überhalten die sich immer über zähne was die sind ein bisschen in der zähne haha ha 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 das ist kommst Freunde alter ich meine kann man jetzt äh ich meine kann man so flirten bisschen so ich meine so kochetta witz mhm ooooh nein oh oh alter hier oben guck du ha 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 halt auf die guckt das Gronk nicht alter der lacht sich kaputt ähm die kann es so aus als würden Gronk und Frikadella miteinander anbändeln hoffentlich haben sie eine schöne Verabredung Abredung. Oh, Alter. Ist aber besser als mit Walle. Ich finde das so geil. Ich finde das so geil. Einfach nur. Vielleicht schaffe ich die ja noch. Ich meine, da würde ich eigentlich dann ein bisschen über Strenge schlagen, aber... Alter, das ist richtig... Boah. Romantisch? Nach Sternzeichen fragen. Wieso klicke ich immer auf die Brüste? Ich... Weiß auch nicht. Vor allem bei Frikadella, Alter. Wenn du auf der Brust klickst, verschwindet der Pfeil... Wenn du da auf der Brust klickst, dann verschwindet der Pfeil in einer Falte. Dann ist er weg. Ja. Romantisch. Ja, romantisch. Nein. Sternzeichen fragen. Kompliment über Aussehen machen. Alter, es ist... Alter, es ist... Fragen, ob es ein Single ist. Definitiv. Äh... Freund... Nee... Romantisch... Alter, möchtest über Nacht bleiben. Uh... Das ist ja ein bisschen früh, ne? Kompliment über Krack da machen. So. So... So... Chabadu. Mhm. Mh... Valiabandaglan... Mhm. Ähm... Zou? Barsi! Mini Puli! Tanu! Aibuca! Mhm... Hat er erfahren, dass der ein Zeichen friedaler Schlümpel vage ist. Das vage ich zu bezweifeln. Hahaha. Oh mein Gott. Wieso kann ich das nicht klicken? Denn eben nicht. Ich bin vage, ich fresse gerne Wagen. Vor allem in den großen Wagen. Bist du verheiratet? Ja, ich bin Single, weil ich meinen letzten Freund aufgegessen habe. Mh, hat lecker geschmeckt. Gronkh hat erfahren, dass Frikadella Single ist. Yay, das passt doch super. Alter, ich... Ohohoho, für... Alter, Frikadella hält Gronkh für sehr verführerisch. Ohohoho, alter, ich... Oh mein Gott. Oh nein. Verliebt umarmen. Ich fliege schon wieder auf mit der Brüste. Ich verstehe das nicht. Massieren. Kroketter... Was? Händchen halten. Kroketter Witz. Und dann... Kann man... Nee. Kann man nachher ja machen. Ich... 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 Oh, Alter. Alter, wenn doch Frikadella den umarmt, Alter, da... Der... Der ist platt wie eine Flunder. Und weil er eine Flunder ist, Alter, dann... Brät sie in einer Pfanne und frisst ihn auf. Das geht nicht. Man kann noch so ein bisschen so... Wenn der schon müde ist, ich meine, kann noch mal so ein bisschen... Zurweifeln, weil... Ne, so... Weil die Decke jetzt auch in... Hilfe! Wie sieht das denn aus? Alter! Ohohohohohoho! Alter, wie... Alter, wie... Das geht gar nicht. Alter, ist es... Ich... Kotze gleich hin. Ins Ohr flüstern. In Arme springen. Wenn... Na gut, andersrum wäre das... Aua. Dann würde es ihm dein Rückgrat berechnen, einfach. Weil... Die ist so fett, einfach. Naja. Entschuldigung. Gronkhard folgenden Ruf. Rotzlöffel? Was? Warum? Wieso? Hä? Äh... Hab ich was verpasst? Verbessern. Fünf Freunde finden. Film gucken. Ach ja, die haben wir ein Kino, ne? Stimmt. Flörg. Raaah. Es. Frigaschlömpel hat sich allein Mut genommen. Ham... Was? Grongwangie und Frigadellaschlömpel haben endlich allen Mut zusammengenommen und sich geküsst. Ich darf nicht lachen. Auch wenn dann... Auch wenn die Nasen ein bisschen im Weg waren. Ja. Ähm... Wird er sie immer... Wird er sich immer daran erinnern, wie sich ihre Lippen das erste Mal trafen. Alter... Es ist... Das ist ja unmenschlich. Naja. Romantisches Interesse. Alter. Unwiderstehlich. Oh mein Gott. Oodiss... Hanne. Levy Knorff. Ah, die Foonie Rune.